ja leute da kommt gerade eine richtig dicke schauerwand auf mich zu das hat sich ja gerade direkt vor mir aufgebaut das hat schon zwei entladungen gegeben ja ich stehe gerade jetzt hier mit dem fahrrad ohne schutz im feld das wird da wohl eine dusche geben aber nicht schlimm egal schon einmal nass geworden da kommt es auch nicht mehr darauf an aber ich halte einfach mal ein bisschen drauf hier so lange bis nicht mehr geht ich hoffe ja dass es vielleicht eventuell mit ein bisschen glück noch ein paar schöne nachschläge gibt hier gleich entfernung ungefähr zu der hauptregenfront nicht mal mehr ein kilometer ich höre schon rauschen hinten wenn es dann jetzt sie gleich los geht sogar richtig anfängt dann werde ich das film leider einstellen müssen aber ich sehe immer so dass ich so lange wie irgend mögliche drauf halten kann jetzt fängt es hier an stark regen jetzt geht's los ich sehe gerade das hauptgebiet zieht ungefähr einen kilometer von mir entfernt jetzt lang hier ist zwar stark regen aber wie ihr sehen könnt direkt vor mir diese waldkante ist nicht zu erkennen ihr hört es gerade auf es ist grau man sieht da gar nichts mehr guten kilometer von mir entfernt absoluter stark regen jetzt ich habe mir das jetzt hier mit einem handy in hd aber das gibt ganz gut das sind hammerdicke tropfen hier gerade hinter mir ist ein maisfeld man hört sehr schön wie diese regenwellen in diesen in diese auf die blätter ballern hier und das rauscht dann richtig schön leider keine entladungen mehr das hatte zweimal gedonnert und jetzt nicht mehr jetzt aufgehört immer so ein bisschen um die ecke hier klart schon wieder auf ist mein handy nass man sieht da kommen schon wieder die nächsten zellen schön aufgetürmte wolken riesige cumulus bänke und da zieht er hin und da zieht er hin auch 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 ä ä ä ä mü